Herzlich Willkommen bei TTT, ich glaub ich bin nur mit kranken Leuten hier unterwegs. Alle Männerschnupfen? Piesen-Männerschnupfen bitte. Piesen-Männerschnupfen? Okay, davon gibt's auch eine Steigerung, das wusste ich nicht. Kommier dich rüber! Wir können immer noch eine Schippe drauflegen. Wie fühlt sich denn so ein Männerschnupfen an? Ich bin sehr sehr spannend. Niemand! Ich krieg die Uweisen kann jetzt. Oh, kann das sein, dass ich meinen Sprachschät aktiviert habe? Nein. Weil hier grad bei mir oben links mein Name da stand. Echt? Ja. Dann hast du den wohl eingestellt. Oh, fack, 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 fack. Nein! Komm hoch! Ja, toll. Ich bin eine Biene. Nein, ich bin eine Biene. Ach ne, jetzt war das fack. Noctura ist tot. Ich bin ein Engel. Ein wunderschöner Engel. Ich bin eine Biene. So, wo ist das eigentlich hier? Kartentechnisch gesehen? Ich weiß es nicht. Was ist das für eine interessante Reihe? Gar nicht, was ich sagen soll. Ach Gott sei Dank. Nein! Ach! Scheißleitern! So, jetzt muss ich erstmal... Bin umschuldig! So, da hinten läuft einer. Guck mal, ich hab ne Granade für dich, aber es ist nur noch... Oh, und mein Gott, die fliegt ja nicht mehr so weit. Ja, guck mal weiter runter. Guck ruhig mal hinterher. Ja, wieso bist du Traitor? Wow, ne. Oh mein Gott. Wie komm ich das wieder mal runter? Wo lebst du noch? Ja. Wenn du springst, bist du tot, ne? Wenn du springst, bist du tot, ne? Ja. Ja. Du reißt tot, hab ja mitbekommen. Scheiße. Ja, ähm... Ah! Oh mein Gott. Halbes Leben verloren. Scheiße. Was? Das ist eine sehr fiese Map, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ist das, ist das die Map mit der, ähm, He-Man-CD? Ja. Ja, He-Man-CD suchen! Okay, bei mir hat's gerade... Ich hab mich gerade aus dem Spiel verabschiedet, warum auch immer. Warte mal. Jetzt, jetzt bin ich ja da. Töner, hast du das Band angeguckt. Töner! Nein! Liegt'n hier Schönes. Zeug'ung! Okay, äh, Tobi? Ah! Oh! Hä, was ist denn jetzt los? Upsa! Anders? Ah, anders! Ah! Ich hatte keinen Leben mehr gehabt. Ich hab noch zwölf neben Ruhe! Hä? Ich bin so'n scheiß Dach runtergefallen. Oh mein Gott, warum schweb ich hier? Weißt du, was kurios ist? Als ich gestorben bin, stand bei mir, Tobi hat mich getötet. Hä? Wie hat der das denn gemacht? Mit... Ich hab doch gerufen Brandgranate. Ich hab da Brandgranate in den Himmel geworfen. Ach so! Ja, weil ich auch. Ich dachte, das wär meine. Ah! Komm, wir schießen alle in die Luft. Mal gucken, welcher wär drin. Ja, ja, ne? Ah, Tobi. Ich hab jetzt so völlig random irgendwie. Ja, aber... Was war jetzt? Jetzt hab ich überhaupt nicht mitbekommen, was passiert ist. Ja, das hat wohl nicht so geklappt, wa? Aha, hat Luca wieder God-Mode drin? Ist der God-Mode drin? Was? Du? Unverwundbar und so? Ey, Doktora, du bist doch gerade auf dem Hochhaus, ne? Drück mal den Knopf von innen. Hahaha! Ne. Luca, wenn du schon mal hier bist, warte mal. Ich schieß auch nicht. Nein! Ich schieß auch nicht. Warte, 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 warte. Nein, nein, nein! Ich geh ganz da hoch. Oh, warte mal. Kann ich hier eigentlich auch? Na, sieht man nicht. Okay. Ist der anders im Traitor? Ne, dann ist... Dann ist der... Ich bin wieder drin. Dafür ist das Ding nicht gemacht. Wo kann ich nochmal mit G? Wo geht's hin? Oh Gott. Geht's aufm Boden lang. Hast du gerade im Traitor schon? Hehehehe. Wie stand's da so? Auf so... Waaah. Hä? Hier geht's auch nicht. Okay. Also ich geh mal stark davon aus, dass ich mir kompöse ist. Und der folgende Map ging's schon? Parker! Build and Smacks! Insta-Bar! Insta-Boo! Den Antrag unterstütze ich. Ja, definitiv. Nein! Verdammt! Die kompöse! Oh, Inno. Hahaha! Niemand! Niemand! Das ging auch schnell. Ah! Ich... Weißt du, ich wollte doch nach rechts springen. Der springt nicht nach rechts! Mann! Schäbe dich! Und ich spring runter! Ah! Komm, ey! Scheiß Map! Ich will raus hier! Jetzt kann ich springen! Waaaaah! 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 Oh, Headshot! Also, ich glaub wir müssen echt ne andere... Boah! Wo war der noch mal... 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 Wappen... Ne. Ah, ist auch viel zu hell, ey. Ne, da muss noch andere Map... Echt? Was, 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 was? Ja, beim Kier hat gesagt, das ist zu hell! Waaaaah! Ich hab jetzt hier nur irgendwas mit Ausziehen gehört. Was? Hab ich das jetzt richtig gehört? Hallo! Ich bin krank... Ich bin krank... Ich bin krank... Waaaaaah! Oh, ist ja süß! Ich glaub auch, ich wurde gar nicht geschossen. Also, ich bin auch unschuldig. Okay, Ruko ist Traitor. Also, das sieht so aus... Das sieht so aus, als wenn Ruko mich gerade in den Hintern beißen würde. Nein! Das ist aber nicht Ruko. Das ist aber... Hm... Was? Tobi kommt gerade mal in die... Das sieht sehr, sehr schmerzhaft aus. Komm ich gar nicht. Doch. Nein, das ist auch nein. Das ist Shigi, die Schild... Das Schildkröten-Pokémon. Das ist ein... Alten ist Tobi, da guckt schon so komisch. Ich glaub, Tobi ist es. Also, wenn ich jetzt sterbe, ist es Tobi gewesen. Ah ja. Denitiv. Auch wenn ich mich selbst umbringe. Anders. Den Spruch hast du auch auf Makro drin, oder? Ja. Oh, ich hab was Piepen hören. Wer hat da gerade gepiept? Tobi. Mein kleines Täubchen. Piepst da rum. Ich geh mal in die Karte. Ja. Okay, anders ohne Waffe. Au, auf mich wird geschossen. Auf mich wird geschossen. Das heißt, das war bestimmt... Das war bestimmt Tobi. Ach, Luca hat geschossen. Okay, dann ist Luca. Nee. Luca war doch gerade bei mir. Kann da hin. Guck mal hier. Komm her. Zwischen den zwei Hochhäusern... Ja, das war ja klar. Ja, ich krieg's aber nicht. Doch, das war's du. Wer denn sonst? Scheißegal. Komm, zeig dich. Du Schlinge. Das bin's wirklich nicht. Ruck. 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 Oh fuck. Warum? Du hast auf mich geschossen... Ach, du bist auch erfolgreich gefallen. Weil du auf mich gezielt hast... Möcht es aber auch ein bisschen... Wir haben geguckt, was du gemacht hast... Ich bin auch untergeflogen... Ich bin wieder ruhig. Hä? Ach so. So. schon wieder hab ich geschossen immer diese wuselein hier wer nicht noch alles darf nicht ein Fass Luca ist ich wieder alleine? ich weiß es nicht ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was sind das hier für komische Geräusche? sag mal, seid ihr runtergeflogen? Kann das sein? glaub, äh, alle sind tot, ja gut, na okay, Ruko, wo bist du denn? äh, verwirrt war doch, also ich bin vom Geistern umgeben, das find ich nicht toll ey wo bist du denn? äh, muss erst mal gucken, wo ich bin das kann doch nicht sein, dass die Hälfte tot ist, oder? eich nein neiiin nimmst ja nicht nein neiiin nimm noch, nimm noch Wo bist du denn? Pull that leg hier! Das Ding ist doof. Oh, das ist ein explosives Fad. Na, geh ich weg. Wo bist du? Ich weiß nur, wo du bist. Könntest du mich eigentlich sehen? Aua! Verdammt. Das ist falsch. Nein! Na, komm, geh. Oh! Das ist falsch. Oh, das ist falsch. doch dann Geht das überhaupt bis dahinten hin? Oh nein. Komm jetzt und mach dich. Oh. Oh Gott. Wo kommst du jetzt, sonst mach's nicht? Mach's nicht. Oh. Ach so. Hallo? Hallo? Ich hab schon gedacht, es geht nicht mehr. Ich habe gar nicht mehr darüber was sagt. Ach doch. Geht noch. Geht noch. Ach komm. Ernsthaft? Ja. Hä, was denn? Weggesneimed? Hat auch lange genug gedauert. Ja, viel schon, ne? Juhu! 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 Schleifer! Schön! Unverdient! Unverdient! Gott! Komplett unverdient! Getweetet. Wallhack. Unverwundbarkeit und so. Der ist so schnell rumgeflippelt, das gibt's ja gar nicht. Kannst du das nächste Mal stehenbleiben und gucken? Richtig, mieser Input. Was seid ihr denn? Was seid... Seid ihr alle vom Dach geflogen? Ach ja, ach hör auf. Ey, du hast mich erschossen. Ja. Ja, du nicht. Ich meine dich. Aber die anderen, die hab ich ja nicht berührt. Die waren auf einmal tot. Mit denen tot hab ich nix zu tun. Das will ich nur mal sagen, ne? Das stimmt. Das leckt aber auch nur ein bisschen hier. Die haben sich freiwillig in den Tod gestuft. Ah! Hallo. Hallo. Warum sind wir eigentlich hier... Neben dem Pool so ein Knopf? Was macht denn der eigentlich? Ja, da kann man... Kannst du Musik-CDs reintun. Meins nicht hier! Man kann hier CDs finden und dann da rein... Aber ich weiß nicht mehr, wo die sind. Warte mal, ich such mal eine. Tobi, komm kuscheln! Ähm, Ruko, weißt du noch, wo die... Äh, wo die... Äh, Herkules sei schon. Äh, ich glaube... Ich bin mal nicht so hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, ähm... In dem Anbau Gebäude vom Schrägdach. Und angeb... Wo bist du denn gerade? Also ich bin gerade bei dem... Bei der Fernbedienung gewesen. Vom Fernseher. Was soll ich denn? Na, das ist dauernd ein Klimmern. Da kann ich ja nix für. Okay, das war Friendship. Bist du eigentlich zu dumm zum Kacken oder was? Warum? Alter! Auf mich nicht. Ich bin zu weit weg. Äh... Ich suche hier gerade noch die CD. Also könnte es sein, dass der Traitor im Teehaus ist. Echt? Da bin ich gerade. Hm, okay. Das ist aber doof. Ich will die CD suchen! Vielleicht hier gewesen? War die nicht in irgendein, äh... Ähm... War die nicht in irgendein... Ähm... in so'n... so'n schmalen Gang oder so? Hier rein! Woh! Woh! Scheiße! Die eine drin? Hm. Woh! 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 Da! Sind wir schon wieder alleine? Wer lebt noch? Niemand. Das ärgert mich, dass ich die CD nicht mehr finde. Hm. Woh! 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 Was ist denn, Freitod? Ne, ne, ich bin doch nicht bekloppt. Oh. Wer war's? Niemand. Ah, schön.